aber das haben wir doch schon gemacht hier ne ja wahrscheinlich der speicherpunkt das speicherpunkt war woanders so wer musste denn das noch mal wohin der du liebeste müssen wir erst mal die figuren hier genau davon die gehört doch jetzt sie nicht darauf gibt es ein bus sie ja und dann irgendwie die hand die hand ich bin auch so oft es ist grünen gespielt gerade ich denke ich kann überall hochklettern kannst du doch nee aber so die wand hoch geht eben ich würde so gerne in das bällebad da unten springen da bist du vorher tot die man richtig den spaß ich hab den schaffner ja ich bin hier oben in der wadroschka drin ja da war ich auch beim letzten mal drin jetzt bin ich wieder draußen crazy dolls wo ist denn jetzt der letzte der hinter ist dahinten ja ich hab den schon ach so da ging es hoch die bude auf bei mir steht ein bisschen dann musst du auch drücken oder das hat mir noch nicht oder nee das hat man ab hier war habe ich aufgehört beim letzten mal geht das mal weiter oder ja ja aber das ist ich weiß nicht alter das soll das wohl noch mal eine springdübel siehst du das ja alter man kann gar nicht alles gucken die holzbahnen aber nicht früher auch cool ja ich wollte abspringen das hat er sich ich weiß nicht mehr als ein dinosaurier das ist doch kein dinosaurier nach dem da der sieht so aus So ein bisschen Bowser-mäßig, oder? Mit dem Lava drumherum. Ja. Ja, ich glaube erstmal hier ist es vielleicht ganz gut. Oh nein. Vielleicht passt es runter. Das scheint aber ein Mechanismus zu sein. Da ist so eine Zahnradstange und irgendwie so. Dann kann man steuern. Ach so. Ah, okay. Kannst du vielleicht... Ja, aber okay, ja. Keine Ahnung. Ach so, warte mal. Ah, du musst runter. Aber da ist irgendein Vieh drauf. Ich weiß nicht, was der macht. Aber das ist nicht gut, wenn du da drauf gehst. Doch, ist gut. Ich kann den auch. Ich kann aber gar nicht die Kamera ändern. Ach so, der haut so drauf. Boah, cool. Ja, ist ja gut. Ich habe es verstanden. Hier geht es nicht. Kannst du da was noch? Nee, ne? Nee. Vielleicht kann ich dich anpacken. Nee, geht auch nicht. Warte mal, was passiert, wenn ich den hier runterfahre? Warte mal, wenn ich so mache, was passiert dann mit dem da vorne? Dann dreht sich das andersrum. Ah, ja, warte, dann kann ich den wegpacken. So. Jetzt kannst du durch. March! Leute, wie langweilig. Nicht mal richtig. Oh. Hä? Vier mal. Ja, weil das so aussah, als ob es passt. Warte mal, muss ich vorher was machen? Nee, nee, ich muss erst mal hier noch einen. Kannst du? Umdrehen da? Nee, okay, dann muss ich doch erst den hier nehmen. Dreh mal um. Irgendwas passiert. Da oben irgendwas. Nee, dann kannst du aber erst mal so durch. Das passt. Vielleicht kommen wir nicht weiter. Ach so, ach, warte, warte. Ja. Habe ich jetzt nicht gesehen. Jetzt. Knocher ab. Vier sich die Knoche weg. Ähm. Alles erst. Nee, nee, du kommst ja da nicht mal zurück. Äh, mach nur mal andersrum. Muss ich mal kurz überlegen. Erst musst du den schieben. Dann ist der aber weggedreht. Ähm. Nee, na, hä? Geh doch gar nicht auf, dann. Können wir mal gucken. Hallo? Nee, nee, da, so kriege ich dich nicht mehr hoch. Ach so, der hier vorne dreht sich auch. Das habe ich gemerkt. Ah, warte, es gibt ein Trick, glaube ich, wenn ich die festhalte, aber ich, okay, dreht noch einmal drauf. Ja, genau, das wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, wenn ich die festhalte, dann bleibt der. Dann nochmal. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Haha, easy. Ach so, jetzt bist du zu Fuß. Ah, da kannst du drauf, oder? Ja. Ja. Oh, das, oh, das ist scheiße, das geht runter, wenn ich es nicht festhalte. Oh, wie geht's? Ja. Da muss ich erst den unten nehmen. Ah, dann geht er auch zurück, oder? Was macht? Ja. Da muss ich mich beeilen. Oh, das ist aber scheiße, weil das dem Geschissen zu steuern geht. Vielleicht kann ich direkt rüberspringen. Ey, das glaube ich nicht. Da. Ah, fuck. Nee, das reicht echt nicht. Nee. Fuck, nee, nee. Da muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache. Doch, das geht auf Zeit. Warte mal, ich... Ja, das ist richtig beschissen. Ich springe nach oben und dann musst du schnell nach unten. Ja. Okay, wenn ich springe, dann kannst du los. Das sind eins, zwei, drei. Runter. Oh, nee. Siehst du das? Das geht richtig beschissen, ey. Hä? Das ist aber echt... Was ist die Lösung? Ups. Hä? Der ist so durchgeglitscht. Kann ich mich ja nicht irgendwie noch länger in der Luft handeln? An der Wand vielleicht lang. Aber dann springt er gegen die Wand. Nee, nee, dann hält die sich eine Weile. Guck. Da habe ich Zeit. Ach so, das ist so grün. Ja, okay, gut. Lass los. Mach. Nee, ich glaube jetzt... Das macht die nicht ewig. Doch. Ja, hab. Hä? Oh. Da hast du es nicht gesehen? Ja, wie wir dann weitermachen? Da, zurück. Okay, ich habe es. Aber da unten passe ich doch gar nicht durch, oder? Wenn ich da rüber glitsche, dann fahre ich doch aus. Nee, nee. Ich gucke bei mir, dann siehst du den Weg. Einfach drauflassen, meinst du? Ja, ja. Ich passe doch nie durch die Lücke, oder? Doch. Nee, wenn du das loslässt, dann sterbe. Ach so, da. Ja, ich sag mir, guck doch bei mir, dann siehst du das da unten. Oh, hier ist wieder so ein Glitschick. Aber gut, das merke ich gerade gar nicht. Ah, okay. Kann ich damit aufpassen, oder? Das passiert bei dir da jetzt. Gerade runter jetzt nur. Boah, das habe ich jetzt nicht gesehen. So, und ich kann jetzt hier die Wand nach oben schieben, wenn du hin und her springst. Aber wie, was ist das dann? Wo lande ich dann auf das Ding, oder? Oder nee, da festhalten. Und dann... Ja, okay, warte mal, die Wand schoß. Bis sie gucken, dass du ganz... Also möglichst weit... Okay, dann geht nur einmal. Jetzt musst du gucken, dass du da drüber kommst. Ja. Oh. Oh. Mach's Maul auf. Gut, sind die schon wieder unten. Gut, einfach runterspringen, oder? Ja, also das stinkt, ist nur Spielzeug, Mann. Aber echt. Rücken. Ui. So was wäre denn echt mal spaßig. Ui. Weiß denn auch die VR-Achterbahn? Ja. Ein bisschen geflasht hat er denn da schon, wenn auf einmal da unter dir nichts mehr war? Oder da so durch den Raum geflogen, dann war schon krass. Ich muss überhaupt noch gucken, ob das geht von alleine. Oh, Wasser. Cool, mit Kanonen. Irgendwie hat ja alles ein Gesicht, kann das sein? Ja, so ein bisschen da, so eine Nase. Hier gibt immer zwei Knüpfe. Was findet die cool? Ja, das ist doch übernervig, bei jedem Schritt die Strangen zu treffen. Oh, Tentakel. Das ist nur ein schadeer Mann. Ja, richtig. Das ist schon wieder ein Gesicht. Achso, du bist rechts, oder? Ja, ich bin links. Okay, gut. Und wie kann man schießen? Du hast nur das gemacht. Rechts tief. Das ist deine Seite. Du musst mehr jetzt. Damit wir uns drehen. Du kannst einfach nur nach vorne drücken, oder? Ja, aber wenn ich auch drücke, dann fahr mir gerade aus. Du musst ja nur eine Kugel machen. Ja, ich liebe diese Feuerkraft. Die haben auch 100. Geh aus unserer Weg. Großartig, großartig. Wie haben sie denn auch operiert? Ba-bam. Oh. Boah, hab ich. Boah, da ist Feuerwehr. Machen wir erstmal den da, oder? Ja. Hui. Und welche Seite? Erstmal rechts dann da. Boah, das war ein bisschen zu viel. Vorne! Ne, hinten hinten hinten! Warte! Warte, warte! Ja, warte! Ja, genau, deswegen. Jawolle! Feuerwerk! Loll! Boah, wie viel denn noch? Warte, war jetzt von mir falsch. Hier, fahr du mal vorwärts. Dann drehen wir uns nach links. Ja, jetzt Speed hier. Nur zwei Treffer abbekommen. Geht doch. Ich hoffe, wir bleiben hier auf diesem Kackboot. Doch. Guck mal, wie weit das noch geht. Bestimmt bis zu den Tentakel dann. Aber ich meine nicht den Endkampf gegen das Vieh. Findest du das so schlimm, dass wir jetzt machen? Macht das Spaß. Ja, wir kommen in Frieden. Schiffe was senken wir. Dann nehmen wir gleich noch rechts. Ui, ui, ui. Ja, das war's. Boah. Jetzt haben wir aber schon ganz schönen Schaden bekommen. Ja, das stimmt. Ja, einmal haben die uns in die Mangel genommen. Ja, das war ziemlich gut. Da vorne kommt jetzt bestimmt auch was. Dasselbe wahrscheinlich. Oh, Hengwa. Boah, geil. Wow. Wow. Pinguine. Wollt ihr abschießen oder was? Nee, glaub ich nicht. Wir können probieren, ob wir einen treffen. Aber guck mal, die... Oder wir ganz schnell vorbei einfach. Ja, ich glaub die tun nichts. Ich weiß lang. Ich würde rechts rum. Ja.